Das war ja eine Bombenladung. Oh Gott, wo bin ich? Hallo? Ist hier jemand? Bin ich jetzt hier allein gelandet? Jonathan? Nein, Jonathan. Ich bin alleine. Ich bin alleine. Ich dachte, ich war doch gerade erst auf einem Planeten und jetzt bin ich wieder hier. Nein! Kahn! Kahn. Nein. Schon wieder. Warum nur? Nein, ich bin doch, ich bin alleine hier. Und niemand ist hier auf diesem Planeten. Ich bin so alleine. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Was? Lampen zum Ausbeuten. Ein Radkicks und Ziavo haben es auch geschafft. Gott sei Dank. Ich bin nicht alleine. Wir saßen direkt neben dir. Das kann nicht sein. Ich hätte euch doch wahrgenommen. Wir sind ohne Pott gesprungen. Ja, so seht ihr auch aus. Steht da drauf, Sentinel Corp. 05. Habt ihr auch eigene Nummern? Nee, schade. Wir haben alle die gleichen Nummern. Oh, scheiße. Ich ersticke schon hier. Ich höre mich auf. Ähm. Äh. So, jetzt mache ich erst mal die Musik aus. Oder machst du die... Ja, machen wir so. Okay. Also, ihr Lappen. Seid ihr bereit, den Planeten zu terraformen? Jawohl, Sir. Jawohl. Ja, wir wollen sterben. Okay. Ähm. Wie geht das denn nochmal? Äh. Also, wir haben Wasser, Weltraumnahrung, äh, Lirrensamen und ähm... Ähm. Ja. Okay, also jetzt muss ich erst mal gucken. Okay, wir brauchen erst mal Upgrades. Ich würde sagen, wir machen Rucksack und Sauerstofftanks, oder? Wir brauchen Kobalt, Eisen und Magnesium. Los, los, los! Oh, halt, Eis und Magnesium. Ach, ist das schön. Ich muss nichts machen. Ich meine, äh, ja. Ich werde hier wichtige Sachen. Ich werde hier wichtige Sachen tätigen. Weiterbauen, äh, farben. Ich muss, äh, Sachen sortieren, äh. Und tun. Was hab ich gesagt? Magnesium. Ach gut, ich hab jetzt hier so live... ...Gehirn andenken. Nein. Live-Gehirn andenken. Magnesium hab ich doch auch gesagt, oder? Ach ja, endlich wieder ein bisschen survivalen. Luft. Äh, äh, äh. Das sieht voll gut aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut aussieht von den, ähm... Der ist mir! Okay, Eisen, Magnesium. Ihr müsst euch die selber bauen, glaube ich. Ja, ich hab schon einen. Gut. Habt ihr schon einen an Magnesium gesehen? Negativ. Titan? Wie sieht denn nochmal Magnesium aus? War das hier Magnesium? Ich hab Magnesium gefunden. Ich hab... Ich hab vor dem Magnesium gefunden. Ich bin der bessere... Natürlich, ich hab vor dem Magnesium gefunden. Ich erinnere mich... Ich erinnere mich... Ich erinnere mich... Was? Natürlich nicht. Ich erinnere mich... Ich erinnere mich zum Planetenkönig. Ich war zuerst auf dem Planeten. Ich nenne diesen Planeten Archie Prime. Bob. Leichen zählen dich als erste... Sehr gut. Das macht jetzt nochmal... Jetzt muss ich noch Magnesium finden. Ich hab noch ein Magnesium. Mal, ich dropp das mal. Hier. Ich hab eins getroppt hier im Schiff. Du musst sie dann noch einpflegen, ne? Du musst sie dann noch rechts in den Anzug schieben. Ja, genau. Das hab ich gesehen. Oh, Kobalt fehlt. Ja. Nichts kann der. Aber das ist der Zierbo. Der kann ja gar nichts. Der hat noch nicht mal so einen Anzug fertig gebaut. Hallo? So, bereit, weiter auszubeuten. Ohne Silizium. So, was machen wir jetzt? Das sieht doch geil aus, wenn wir da rauskommen. Ja, du ziehst so Bananas aus, wenn die Charaktere laufen. Voll die Pappnasen. Guck mal hinten. Dann mach mal so... Eintrat. Während du läufst. Während du läufst, mach mal so... Eintrat. 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 Wir brauchen eigentlich so einen In-Game-Boys. Schade, dass es hier nicht drin ist. Ja, das stimmt. Genau. Okay. Gut. Also. Aber Sache zu bauen, Sir. Für Sie. Okay, jetzt mach ich mal den... Ich brauch ein Silizium-Magnesium. Alles hab ich. Traub das mal hier. Einfach einmal hier hinwerfen. Ich nimm mir dann, was ich brauche. Genau. Sehr gut. Sehr gut. So. Bauchip und den... Rüstet den Chip aus, um mein Becker mit einem Multitool zerlegen zu können, oder? Taschenlampe. Ich brauch noch ein Silizium. Silenzium. So, jetzt. Also wir dürfen nicht hier bauen, weil das Tal, das haben wir auf unseren vorigen Forschungsaufnahmen gesehen. Das ist ein mögliches zukünftiger See. Bei ihren glorreichen Simulationen. Ja, das habe ich in meinem Kopf gerade simuliert. Und ich glaube, wir müssen erhöht bauen. Und zwar da vorne. Aber erstmal müssen wir irgendwas bauen. Ich glaube, es ist mir egal. Vielleicht brauchen wir erstmal hier rein. Leg sie hin. Los. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, das muss jeder für sich herstellen. Genau. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie ich den Bauchip benutze. Ich benutze den jetzt nochmal. B, F, E. Ach so, genau. Also. Okay, und jetzt? Und jetzt? Wie geht denn das jetzt? Herstellen Wohnmodul. Warte mal. Scheiße. Wie geht das jetzt nochmal? Ähm. Äh, Kuh. Natürlich. Ähm. Ich brauche Titanen. Titanen, Wirtschaftsitzer. Krieg mir bitte kein Eis. Das ist unnötig. Und bitte leg es nach draußen, Einrad. Unfassbar. Moment. Ähm. Ah, ich muss, ich muss da oben bauen. Ah, genau. Äh, kommt mit. Meine tapferen Freunde. Ach, ne. Wir werden wahrscheinlich sterben, wenn ich da oben baue. Aber ich muss da bauen. Ich werde es schaffen. Können wir eine Tür bauen? Ich komme gleich wieder. Wir müssen da auf den, äh, auf die Anhöhe bauen. Ich hasse diesen Planeten. Ein ekelhafter Planet. Ein stinkender Planet. Ein Bugplanet. Willkommen zu Workshop Spaß mit allen. Wie pimpt man einen Planeten? Willkommen zur heutigen Sendung bei Wie pimpt man einen Planeten? Stürzen Sie nicht drauf ab. Das wäre sehr katastrophal. Das war die heutige Sendung. Danke fürs Zuschauen. Ende. Ich will kurz nochmal sticken. Ich schaffe das schon. Keine Sorge. Ich glaube, hier oben wäre schon ziemlich cool. Ich ersticke gerade. Kann ich jetzt da rein und Luft holen? Tatsächlich. Ah, und wir haben einen neuen Luftholer. Es schwebt ein bisschen, aber es macht nichts. Weil wir können doch jetzt bestimmt da drunter. So. Eine Stütze setzen. Ist ein bisschen schräg, aber ich glaube... Ne, warte mal. Die Discounts clocken kann ich auch noch nicht. Aber es macht nichts. Es macht nichts. Wir können das auch nochmal neu bauen. Erstellungstation 2. Okay. Ich brauche nochmal Eisen und Titanen. Zwei Titanen habe ich dabei. Sehr gut, sehr gut. Ach, jetzt ist der Baroque ist auch geteilt, wie ich sehe. Was ist geteilt? Äh, die First Steps oben. Da ist eben die Wohneinheit da gebaut und das ist bei mir auch weggegangen. Das war am Anfang nicht so. Äh, Eisen. Was ist denn eigentlich ein Rad? Du musst sammeln, Titanen bringen, Eisen bringen. Ich muss existieren. Ich muss sammeln. Es ist immer noch nicht mittig. Es ist so grausam. Ist es nicht? Ich brauche noch einen Eisen. Ne, die stützen da drunter nicht. Das ist Titanen. Okay, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin voll. Geh weg, ich bin voll. Wir schmeißen den mal weg. Nein. Ähm, so. Und jetzt haben wir hier die Baustation. Mein Gott, sind wir schnell. Wir sind unfassbar. Wir sind, ich bin der Beste. Weil ich so gut bauen kann. Ihr seid so großartig. Unfehlbar. Wenn ich nicht mit euch hier abgestürzt wäre, ich wäre, ihr seid in Panik geraten, aber ich war, äh, ein Drahtseil purer Gelassenheit. Oh mein Gott, ich bin so alleine. So, warte mal, ich tue hier die Kisten hin. Ach, die kann man benennen. Cool. So, wer möchte denn hier, äh, Lagershelden werden? Ach, ich sortiere gern. Sehr gut. Dann ist Einrad der Sammelsklave. Äh, der Sammelbeauftragte. Ich bin der Baulord. Moment, Moment. Ah, ist sie? Es ist da, Lord. Baulord. Ich lege gerade. Hauen wir mal so. Eigentlich wollte ich da oben hinbauen, aber vielleicht erweitere ich das einfach. Ihr habt auch noch Pflauchreichigkeit seit Jahren. Ja, ja. Mhm, mhm, mhm. Befähigt ist, umzubauen. So, also. Ach, guck mal, jetzt haben wir auch Exoskelett, erhöht Ausrüstungskapazität. Haben wir jetzt als neues Item, was ihr bauen könnt. Sauerstoff, nein. Hier, Einrad, nimm mal mit, äh, Notfall-Sauerstoff, hier. Oh, ich verdurste gerade. Nein, ich verdurste. Ich brauche, äh, 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 äh. Da bin ich wieder. Ja, ist alles gut. Ich bin gar nicht gestorben. Ist alles, ist gar nichts passiert. Plötzlich steht eine Kiste da. Was? Hast du eine Kiste? Ich weiß gar nichts. Ja, ist die Hitze auf dem Planeten. Genau. Und dann sehe ich Dinge. Gut, dann haben wir das. Titan ist voll. Ja, dann sammle keinen Titanen mehr. Also. Dann fange ich mal an zu bauen. Äh. Ich will einen riesigen Lagerkomplex. Ja, ich weiß gar nicht, wann wir den, ähm, die nächsten Items bekommen. Ich muss mal gerade gucken. Äh, Bildschirm. Ich muss, glaube ich, alles bauen mal. Weil wir brauchen Schränke, weil das bleibt ja nicht bei den Kisten. Also, ich brauche, äh, Titanen und Eisen. Also, bring mal ganz viel Eisen, dann kann ich das Titanen loswerden hier. Also, es ist auch viel da. Los geht's zu Bohrerfarmen. Ich stehe an den, ne, woher wir die da hinten, ne, so. Ach, wir haben doch keinen, ich glaube, das braucht ja Strom. Oder? Ne, das haben wir gar nicht. Ich glaube, das geht noch, ne, doch, wir haben Windkraftanlagen. Eisen ist leer. Ich geh auch mal ein bisschen fahren. Okay, leg noch eins. Also, geht bitte nicht zu den, den, den Wracks. Da müssen wir irgendwie mal zusammen hin. Ja. Da müssen wir zusammen looten gehen. Oh, ich dachte, ich, ich dachte, ich werde wieder, ich gesticke, weil es dunkel wird. Oh Gott, ich sterbe. Ist nur die Sonne. Ist nur die Sonne. Ach, ne, geht nur die Sonne unter. Das war nicht klar. Ich allein auf diesem Planeten. Wie viele Monde haben wir denn? Ein, zwei, drei, vier. Haben wir vier Monde, tatsächlich? Vielleicht sind wir ein Mond. Und das sind Planeten. Sauerstoff niedrig. Nein. Nein, das ist nur Wasser. Warnung, Sauerstoff kritisch. Warnung, Sauerstoff kritisch. Ich weiß. Nein. Nein. Zieht nicht ins Licht. Nein. Oh Gott. Gut. Dein Sauerstoff. Wo bist du? Oh, oh. Das wird knapp. Nein. Gab es schon immer Nacht. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, ne? Ja. Echt? Da ist schon was her, dein Let's Play. Ja. Tatsächlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uh, uh, uh. So, jetzt haben wir das auch. Ähm. Wir brauchen Iridium. Das müssen wir dann auch mal suchen. Das finden wir da bei den, bei den Sandfällen. Ich würde sagen, wir gehen mal da hin und bauen doch mal ein Notfall-Sauerstoff-Zelt Ich brauche noch gerade Ein paar Bohrer um die die Bodengase frei zu setzen Also wir setzen damit die Bodengase frei Das habe ich in der großen Terraforming-Schule von Planetenforschung gelernt Okay, dann macht doch mal eure Inventare leer Nehmt ein bisschen Sauerstoff mit Der ist nämlich sauer Haben wir hier auch eine Kobaltkiste Sehr gut Ich glaube, zwei pro sollten reichen Eis Wir haben keine Eiskiste Eis, Eis, Eis Eis, Eis, das ist heiß So, seid ihr bereit? Müssen wir noch mal Essen Ranschaffen Und los geht's Schnell Es geht ums Überleben Wir brauchen unbedingt noch Zwei Eisen Ach scheiße Einer von euch sammelt mal gerade auf dem Weg Zwei Eisen Und zwei Titanen Und der andere Ein Silizium Und auch ein Eisen Okay, dann machst du das Zwei Eisen Ein Silizium Zwei Silizium Ein Silizium Und drei Eisen insgesamt Und Zitane Noch einen Titanen Und Ich mache alles Oh, guck mal Wir haben einen neuen Bauplan erhalten Müssen unbedingt gleich die Displays bauen Und wir sehen, was überhaupt passiert Einmal die Augen weit aufreischen Und nach oben gucken Ich kann nichts sehen Ich bin Sand im Auge Sand im Auge Okay Eisentroppen Oh, bleibt der andere Wir sind schon stecken hier Hier liegt kein Eisen rum Du nutzloser Wicht Ich eile, ich eile Schneller, wir sterben Gut, ich nehme eine Sauerstoffkapsel Das ist weniger dramatisch Ich brauche nur ein Eisen Nur ein Eisen Ja, und Silizium So, jetzt haben wir hier unsere Notunterkunft Für die Höhlenforschung Höhlen aus dem Posten Ach, da geht es voll schnell Das ist ein bisschen gruselig Gut Wir brauchen iridium Das sind diese roten, leuchtenden Blöcke Die habe ich bei meiner simulierten Landung Auf diesem Planeten Alles gefunden Und schon gebaut Damals Iridium gefunden Sie haben auch was ab Jawohl Oh, und hier haben wir auch Aluminium 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 Höhö Höhöhö Hehehe Eis Und vielmein ein In der Aussprache Aluminium Das ist ganz gut, dass man schneller ist, so können wir diesen Anfang trotz echt übergeben, das ist super. Aluminium. Nein. Gut, das sollte reichen. Dann zurück sammeln. Gesammelt. Genau, wir nennen den Planeten einfach Super-Erde, überhaupt keine Referenzen auf irgendwas. Das haben wir gerade erfunden, das habt ihr gerade erfunden. Über-Erde, das war Über-Erde, oder? Okay, dann zurück. Folgt mir, ihr Baulappen. Jetzt haben wir die Iridium-Mine erschlossen, aber warte. Der heilige Sandfall, öffnet eure Augen und empfangt den heiligen Sand von Planeten Archiprime. Ja, aah, 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 aah. Wir haben Helme auf, aber wir machen extra das Visier dafür kurz auf. Luft einhalten, ja. Genau, jetzt machen wir Heizkraftwerke. Ich brauche jetzt unbedingt nochmal Eisen. Hat jemand Eisen dabei zufällig? Legaschieß. Ne. Es aussieht. Wer hat denn hier sein Inventar leer gemacht? Heizkraftwerke, Installation. Äh. Hä? Geht das nicht? Achso, warte mal, die müssen in Häuser rein, oder? Äh, ja, ja, okay, so war das. Aha. So, also. Ich brauche Eisen, Eisen und ein Titan, also zwei Eisen und ein Titan, um das hier zu erweitern. Also. Ich brauche einfach nur Eisen. Titanen haben wir noch, tonnenweise. Ich leg mal alles draußen hin, was wir noch nicht sortiert haben. Okay. Ich sollte eine Notfallration mitnehmen. Äh, wir haben noch Essen im, ähm, ähm. Meine Geek geht doch runter. Ich geh mal zum, ähm, zum, ich geh mal zur Kapsel und hole die, äh, Notfallreserven. Ich glaube aber, da ist nur noch eine. Wir werden sie uns brüderlich teilen. Äh, 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 äh. Oh, der Beste, er ist so großzügig. Wir dürfen ihm zusehen, wie er ist. Ja, da sind, äh, vier Rationen, aber das müssen die ja nicht wissen. Oh, ist das Kommen noch an? Ähm, äh, äh, äh. Tag 1 auf dieser Expedition. Und dann so, zwe-, zwe-, zweiter Eintrag Tag 1. Ich habe andere, die anderen töten müssen. Wir haben uns um die Ration gestritten. So Tag 1, weißt du, so voll am Eskalieren. So voll der Roman. Das ist immer noch nicht immer noch Tag 1. Hier ist, äh, der Beste. Wir haben immer noch Tag 1. Ich musste ein Rad schlachten. Oh, ja. Ja, bitte schlachtet mich zuerst. So. So. Ja, das ist nur noch eine Ration. Voll übertrieben. Neuer Bauplan erhalten. Wohnmodul-Fenster. Willkommen in der heutigen Sendung von Wohnmodul-Fenster. Ich würde schon gerne das Wohnmodul auf den... Oh, guck mal, hier ist eine Kiste. Habt ihr die übersehen? Wo unten? Ne, kein Platz mehr. Da waren noch mal ganz viele... Äh, da waren leider keine Rationen drin. Was ist das für ein Planet? Liegen es ja nur Titan? So. Ne, ich glaub das wär... Das wär schon cool. Aber andererseits... Muss mal gucken gleich. Wir müssen erst mal das Standard-Ding bauen. Okay. Hier, ich dropp mal, äh, die Ration. Was für die Lebensenergie. Hey, hey. Hier ist der Lirnsamen. Hat schon jemand Eisen gefunden? Ja, ich bin... Ich hab jede Menge reingepackt. Gut, dann machen wir's mal größer. Die müssten bald auch die größeren Schränke bekommen. Äh, ne, ich glaub die müssen wir leer machen und... Erstmal neu bauen und dann die alten abreißen. Warte, ich mach erstmal noch größer. Ja, da kann ich nicht nach da bauen. Das ist sehr schade. Ich glaube wir müssen's neu setzen. Ich muss höher bauen. Ja, wir müssen glaub ich... Wieso... Ja, ich überlege gerade. Der Beste überlegt und ich war dabei. Haha. Er überlegt und ich muss... Ich muss es in meinem Gedankengang festhalten. Ist das so schön? Das muss ich mal da hochschreiben. Liebes... Lieber Doktor Sommer. So. Ah, das ist... Also wie gesagt, das Bauen ist nicht so das Beste. Aber ihr seid der Beste. Nicht zu viel kriechen, du Wurm. Ah Mist, das ist auch nicht... Hm... Ich sterbe... Äh... Ich... Sterbe wirklich... Oh, boah... Hab ich gestorben? Nee, oder? Ja, ich bin einfach so gut. Ich bin... Gut mal. Der Gute. Der Unfassbare. Ist das jetzt gesnappt? Oh, es snappt? Es kann snappen? Glaube ich nicht. Das ist doch nicht gesnappt! Aber es snappt... Raus da! Jetzt versuch ich's nochmal. Also das kann nicht snappen. Siehst du das? Wenn das... Wenn ich das platzieren will? Nee. Schade. Oh Mann, das ist echt schwer. Ich weiß nicht, ob ich das besser irgendwie... Standard, Steuerung, Konstruktion, Verketten. Ketten? Steuerung? Ja, so würde es snappen. Aber nur an den Dingern. Okay. Könnt ihr mal das... Die leer machen? Alles raus... Raus machen, was da drin ist? Damit... Damit wir alles abreißen können? Oh. Entschuldigung. Das war... Das war sehr dämlich. Das war auch nicht besser. Einrad! Was machst du denn da? Bist du denn blöd? Ja... 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 Warte, den Herstellungsding noch nicht. Ich mach mal hier oben gerade das Herstellungsding rein. Jetzt... Noch Silizium. Das ist groß, wer auf mich subtiliert. Auswerfen, mal ausge... Ich hab die Lüftung. Wie kann man denn Sachen abreißen? Mit dem Abreismodul. Tatsächlich... Das klingt komisch, ist aber so... Aha. So, das haben wir. Ja, so ist es gut. Wisst ihr auch warum? Ganz genau. Ist denn alles leer? Strahlet und seht meine unfassbaren einzigartigen Baukünste des Bauherrn. Der große Bauherr! Ne, ist nicht leer. Ist da noch irgendwas drin? Kisten wahrscheinlich. Achso, ja. Sehr schön. Gut. Gut, gut, gut. Äh... Räumt mal hier die Trümmer weg, damit ich die... Damit ich die hier... Ne? Hier, ich muss hier bauen. Das da, das da, das da... Ja, sehr gut. Guck mal, werden sie beseitigt. Das muss ja schön aussehen. Das hängt jetzt ein bisschen da am Boden durch, weil es einfach nicht anders geht. Und ihr seht halt, die... Ne? Die sind halt nicht... So groß wie... Ach, das ist fürchterlich. Aber na gut. Es ist... Es ist als asymmetrisch. Es ist furchtbar. Sag's nicht! It's not tough works! Nein! Ist halt furchtbar. Was soll man machen? ADHS strikes back. Wenn man drin ist, sieht man's nicht. Oh Gott. Ich geh nie wieder raus. Sag mal, Fede. Muss ja. Es ist warm, ist bei uns. Es ist warm, genau. Ja, genau. Ich bleib drin. Ich hab ja euch. Ja, genau. Bringt mir. So, warte mal. Machen wir mal... Ich brauch, ähm, Kobalt. Bringt mir mal Kobalt. Wir machen jetzt mal Monitore. Wenn wir das schon mal haben. Ich brauche... Was davon ist denn Kobalt? Äh, ein Kobalt nur. Zwei Eisen, zwei Silizium und zwei Magnesium. Aber da unten liegt ja noch genug oben, oder nicht? Ja, wir haben... Bring einfach mal immer wieder was. Ich sag dir, wenn ich was brauche. Dafür brauche ich erstmal Kobalt. Äh, so. Kobalt, eins. Sehr gut. Das ist jetzt der Terraforming-Bildschirm. Also, machen wir in die Ecke hier, oder? Warte mal, warum geht das jetzt nicht? Kommt zum Büro. So, dann haben wir den Terraforming-Bildschirm. Dann haben wir den... Machen wir den Energieverbrauch-Bildschirm. Ich brauche noch ein Magnesium. Moment. Magnesium. Äh. Terraforming haben wir jetzt schon 567 TY. Drei. Das sind totale Initiatoren. Oh, der ist aber klein. Also, den brauchen wir für den Tisch. Und der hier? Auch. Hier haben wir aber noch gar keinen Tisch. Na toll. Der Tisch. Auch noch ein Silizium. Also. Ein Silizium. Rucksackstufe 2 haben wir auch schon. Haben wir jetzt bekommen gerade. Kann das sein? Oder den haben wir schon länger. Oder den haben wir schon gebaut. Glaube ich. Okay. Wärme müssen wir machen. Da gibt's Pflanzenröhre. Bildschirmfortschritt. Okay. Und das ist der Strom. Ich will Strom behaben. Oder was auch immer wir damit machen. Achso. Das ist keine Anzeige. Windkraftanlagen. Okay. Gut. Was ist der Sauerstoff? Fangfrage. Sauer. Ja. Okay. Gut. Deswegen heißt der wirklich so. Kein Spaß. Klugscheißer. Geh. Äh. Eisen sammeln. Jawohl. Eisen. Der spuckt da ganz viel Eisen. So. Das müssen wir mal weiter bauen. Und dann machen wir die Kisten rein. So. Jetzt brauchen wir noch mehr Eisen. Ja. Ja genau. Pass auf. Kannst du das selber machen. jetzt bauen. Ja. Ich würde sagen. Wenn man reinkommt. Direkt. Hier so. Die beiden erstmal. Alles klar. Kannst ja. Ich weiß ja nicht. Ob du auch hier hin bauen. Das ist ein bisschen doof. Ja. Da machst du es direkt hier links an die Wand. Ohne ist echt viel Eisen. Blöd, dass dieser Planet chronischen Eisenmangel hat. hohe. Uh. Äh. Äh. Gut. Iridium. 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 So. Heizkraft. Damit es hier ein bisschen unangenehmer drin wird. Ne, da machen wir ein extra Ding für. Damit fange ich gar nicht erst an. Oh nein. Oh, ich verdoste gerade. Ich muss ja auch noch mal das neue Bauding bauen. Ich spei das Eis einfach mal hier aus. Das komische Chip, die ich gefunden habe. Äh, der Chip ist jetzt, ah da, ach, Mikrochip Bauplan, ach so, ja, damit können wir schneller laufen, sehr gut. Ach, Exoskeletz, ne, tatsächlich, wir haben einen neuen Rucksack hier. Einrad, hast du den schon gebaut? Ich hab den schon gebaut gehabt. Silizium-Titan, einen Stoff brauchen wir, Silizium-Titan, voll die Ameisen hier, yeah, so. Eisen, Magnesium, Silizium, äh, Magnesium, so. Ich breche das da oben mal ab. Äh, ja. Wunderschön. Luft. So, äh, wir müssen uns einmal sammeln, äh, wir müssen den Tag, äh, das erste Logbuch beenden. Kommen Sie rein. Ich verkünde, wir haben den, äh, den, das erste Logbuch, den ersten Logbuch-Eintrag überstanden, auf diesem Planeten. Ähm, ähm, wir sind stolz darauf, äh, so viel geschafft zu haben. Auf meine glorreichen Leistungen, eure Tatwerk-Ders, ihr wart dabei. Und, äh, dank meines unfassbaren Leitungspotenzials und der unfassbaren strategisch-taktischen Meisterleistung meiner Simulation der vorgegangenen Expedition sind wir siegreich davongegangen. Äh, ich danke euch. Rühren. Was sei die glorreiche Rede? Bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Haut rein.